Also Gesellschaft muss für mich in Zukunft ja etwas weltoffener sein und etwas weniger rassistisch wie heute und einfach, dass man halt auch andere Sachen akzeptiert, selbst wenn einem die nicht selber so gefallen, aber es geht halt darum, besseres Zusammenleben zu haben. Freizeit muss in Zukunft für mich sein, dass sie wandelbar ist mit verschiedenen Angeboten und dass man viel mehr erleben kann, ja. Die Technik muss in Zukunft für mich bieten, dass sie halt bezahlbar ist und es halt immer wieder neue Innovationen, immer neue Techniken auf den Markt kommen und es halt nie ein Abbruch standfindet. Kirche muss für mich in Zukunft offener sein und ich würde gerne mehr meine Meinung äußern können. Arbeit muss für mich sein, dass wenn ich trotzdem schon einen Job habe, die Möglichkeit habe, mich selber weiterzubilden bzw. mehr Möglichkeiten zu haben. Also nicht auf einen Job fest angebunden zu sein, sondern immer noch die Möglichkeit habe, mich weiterzubilden. Kultur sollte sich auch in Zukunft weiterentwickeln und anpassen, damit sie immer informativ, inspirierend und interessant bleibt. Gespräch auf wirst so weit weg nach, wenn ich euch là –